Hallo, mein Name ist Alexander Dörsam und ich möchte Ihnen heute etwas über die Bedeutung eines permanenten Dark Web Monitorings vorstellen und warum es für Ihr Unternehmen unerlässlich ist. Das Dark Web ist ein Ort, an dem gestohlene Daten gehandelt und verbreitet werden. Ohne ein kontinuierliches Monitoring könnten Sie nicht wissen, ob Ihre Unternehmensinformationen wie Zugangsdaten oder sensible Daten dort bereits im Umlauf sind. Ein gut implementiertes Dark Web Monitoring hilft Ihnen nicht nur, solche Datenlecks und Angriffe frühzeitig zu erkennen, sondern ermöglicht auch eine fundierte Einschätzung der Tragweite, falls es zu einem Sicherheitsvorfall kommt. Indem Sie Bedrohungen frühzeitig erkennen, können Sie sofort reagieren, bevor ein größerer Schaden entsteht. Stellen Sie sich vor, Sie erfahren zeitnah, wenn Ihre Daten kompromittiert werden. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, präventiv zu handeln und größere Sicherheitslücken zu schließen, bevor Angreifer diese ausnutzen können. Darüber hinaus ist es sogar denkbar, Muster zu erkennen, die auf sich formierende Angriffe hindeuten. Damit verbessern Sie Ihr Frühwarnsystem erheblich und können sich proaktiv vor potenziellen Angriffen schützen, bevor diese überhaupt stattfinden. Bei Antago sind wir selbst Hacker. Das bedeutet, dass wir nicht nur versuchen, etwas Drittes bestmöglich zu verstehen, sondern direkt auf Informationen aus erster Hand zugreifen. Unsere Erfahrung und unser tiefes Verständnis der Hacker-Methoden ermöglichen es uns, Bedrohungen auf einem völlig neuen Level zu analysieren und zu bewerten. Doch das Monitoring allein reicht nicht aus. Das Dark Web ist ein intransparentes Umfeld, in dem Vertrauen eine große Rolle spielt. Sie brauchen einen Partner, der nicht nur die Technologien versteht, sondern dem Sie auch vertrauen können. Denn es geht um Ihre sensibelsten Daten. Arbeiten Sie mit einem Partner zusammen, der nicht nur über das notwendige Know-how verfügt, sondern auch transparent arbeitet und Ihnen jederzeit die Sicherheit gibt, dass Ihre Daten in den besten Händen sind. Schützen Sie Ihr Unternehmen, bevor es zu spät ist. Setzen Sie auf ein verlässliches Dark Web Monitoring und arbeiten Sie mit einem Anbieter, dem Sie vertrauen können. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihre Daten zu schützen. Kontaktieren Sie uns noch heute.